Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten DayZ-Spiels, der Surviverei und des gnadenlosen Massakers. Wir, das sind Philipp, Pipan, Pixel, Minivolt, Torben und meine Wenigkeit, werden heute Abend ein kleines Massaker in Elektro veranstalten und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ja, lasst euch nicht unsere gnadenlose Funkdisziplin nicht schrecken. Ähm, das ist bei uns Standard, führt auch öfter zu Selbstabschüssen und ja, lasst euch einfach überraschen, wie groß die Leichenberge heute werden. Ähm, okay, da sind wir auch wieder dabei. Einer tot. Ja. Ich hab jetzt noch eine AKM. Haben wir am Wärterhäuschen? Bin ich, bin ich, bin ich. Okay. Gut. Äh, Donny, sind die immer noch in der Schule? Negativ, die sind in dieser Krähereifabrik mit Klavierhaus dran. Ja, ist gut. Oder weitergelaufen. Was ist das denn? Na halt, bei der Schule hinten raus? Oder war das das Tech-Gebäude? Das ist das Tech-Gebäude. Fucking Zombie, gehen wir doch nicht auf die Eier! Ne, das ist das, ah, das ist das Krankenhaus, sorry, beim Krankenhaus. Achso, beim Krankenhaus. Und da ist so eine, so eine Drehereifabrik mit Klavierhaus von da dran. Da sind sie reingerannt. Und ich bin einer an den Leichen. Das bin ich. Ja, das bin ich. Äh, wo, wo sind denn die ganzen Leichen? Thor, ich bin unter, die hat da. Wo ist, wo ist denn meine Leiche? Die liegt oben, also so an der Leiter da, wo du gesagt hast. Ja, aber das ist ja fast gar nichts mehr. Ja, der hat dich ja auch ausgezogen. Hast du eine AKSU dabei? Ja. Mit vollem Muni-Box? Ja. Scheiße, ja, die hab ich ihm zerschossen. Sorry. Warte mal, hier unten läuft einer. Ja, das bin ich. Achso, lol. Hier liegt noch ein Haltingscope, Pristine. Ach du Scheiße, das ist mein Kumpel. Jetzt hätten wir einen Hubschel geschossen. Ja, ich weiß. Hör mal jetzt auf, wo die Lose liegt. Stopp, stopp, stopp. Sie sind am grünen Haus, glaub ich. Ja, sie laufen vor mir auf die Schienen. In welche Richtung? In unsere? Küsse, AK? Ja, bin ich. Donny, ich bin gleich da. Bin ich ein schlechter Schütze, ey, fuck. Ihr müsst aufpassen, ne? Da sind noch Leute auf dem Sniper, ey. Mindestens zwei. Liegst du auf dem Boden, Donny? Ja. Und vorne bei dem anderen grünen Haus jetzt. Der kommt jetzt wieder auf die Schienen zu. Ne, er ist ins grüne Haus reingegangen. Äh, rechts, äh, achso, links, okay. Da, wo ich hinziehe. Die sind bei den Häusern, gell? Die sind bei den Häusern. Ja. Ja. Entweder kommt er unten gleich raus, oder ist oben jetzt, schießt er aus dem Grenz der eins von beiden. Äh, ich komm von hinten. Supergeil. Ey, Pippern, bleibt ihr noch hier, oder geht ihr gleich weg? Weiß es, ich, keine Ahnung. Ich geh mal hinter uns in das Tech-Building. Ich muss erst mal gucken, hier, was, äh... Ja, ich seh dich. Komm mal zu dir, Torben. Sind die in dem Hexenhaus drin? Sind die in dem grünen Haus? Soll ich zu dir? Ja, 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 aber du bist nicht reingelaufen. Ich hab ihn nicht gesehen. Warte mal, nee, bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich nicht. Da ist eine Blockhütte davor. Okay, jetzt, genau, du bist gerade dran vorbeigelaufen, richtig? Ne, ich bin davor. Okay, genau, du läufst gerade rum. Hast du deine Winnie genommen? Oha. Ja, ich hoffe, mich wird geschossen. Ja, der ist hier bei mir, auf meiner Seite. In dem grünen Haus hier irgendwo. Philipp, ich komm zum Tech-Building. Ich muss mich mal erst mal verbinden. Ist das... Ich meine, ich... Ich versteh's nicht. Ich bin im Tech-Building jetzt. Ja, ich bin gerade auf den... Gott, sorry, aber ich muss... Hat er dich? Hat er dich? Ich brauch Hilfe. Traum, ich bin bei der Treppe. Ja, ich muss meine AK hier kurz sproppen, weil ich einmal kurz aufs Dach will, um zu gucken, ob ich mir nicht helfen kann. Hab ihn an Cuntis geschossen. Okay, meine AK ist weggebackt. Ja, die ist wahrscheinlich runtergebackt. Aber hier ist noch irgendwo einer von denen. Ja, ja, da ist noch einer im grünen Haus. Im grünen Haus, sagst du? Glaub ich. Nee, 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 nee. Ach, den hast du da umgeschossen? Nee, 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 nee. Ich hab einen... Ich hab einen vor... Nee, nee, nee. Ich hab einen mit blauem Rucksack zusammengeschossen. Im grünen Haus oben drin könnte noch einer sitzen. Vivian AK nicht. Ich auch nicht. Aber das ist ja so. Ja, die Sache ist, ich blute und ich hab gebrochene Beine. Er hat natürlich... Er hat nichts getroffen. Jetzt überlegt euch das mal. Er hat nichts getroffen, außer meine Racks. Er hat nur die Racks getroffen. Was? Torben, wo soll denn meine Winchester sein? Hast du die mitgenommen? Nein, nein. Die liegt oben auf dem Dach. Ohne, liegt sie nicht. Direkt zwischen der Treppe. Eigentlich. Ich wechsel mal die Position. Ja, ja. Vor mich, ich geh mal aufs Dach und guck mal, ob die AK da liegt. Ja. Bindi, äh, Piepan, soll ich mal zu dir kommen, Coach? Shit, ich könnte ne Waffel auf jeden Fall gebrauchen, wenn du eine hast. Ja, weg. Ja. Kann mir vielleicht mal jemand helfen? Komm mal hoch. Donnie, schaffst du das vielleicht? Ja, warte, warte, warte. Ich muss mich hier erstmal noch ein paar Zombies erwehren und ich befürchte, dass derjenige, der dich erschossen hat... Bin ich tot. Achso. Äh. Wo liegst du genau? Vom Haus aus gesehen. Äh, ich lieg bei den Typen, den du mit dem blauen Rucksack erschossen hast. Da lieg ich in einem Garten hinterm Zaun. Warte, komm, lass mal hier runter gehen, Torben. Und dann gib mir mal bitte, wenn du kannst, die AKM. Ja. Äh, ich, äh, ich würde am liebsten dir die SVD geben. Äh, wenn du Muni dafür hast, dann nehme ich noch die SVD. Ich hab, ähm, sechsen, dreißen Schuss noch. Ja, meinetwegen. Wenn du die nicht willst. Nee, also ich bin nicht so gut im Snipern. Okay, ich seh dich jetzt. Ah, Hatz, ich bin hinter dir. Ja, ich hab Morphin. Da liegt sie. Brauchst du Bandages? Ja, danke. Cover mich mal. Ich guck mal, ob der Räscher hat. Vorsichtig, ey. Ich befürchte... Ich geb dir einfach nur mal die Winters, Rekondi. Oh, 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 warte. Ja, ich bin tot. Ja, ich hab ihn aber auch. Ich hab ihn auch, glaub ich. Ich renne hin. Sorry, Dude. Äh, hab ich nicht... Ich hab, ich hab ihn nur schon, äh, da aufblitzen sehen. Der war in dem anderen grünen Haus drüben. Ach so. Ja, nee, nee, ist kein Ding. Ich geh hin und, äh, guck mal, ob ich ihn erwischt hab. Ich glaube schon. Oh, fuck, 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 fuck. Auf mich wird geschossen. Bring dich... Bring dir erstmal ein Sicher. Ja, 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 ja. Ah, den hab ich. Super, mein RK ist weggepackt. Was? Der hat dich. Nein, 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 nein. Ich hab jetzt nochmal einen Fangschuss gesetzt. Dann werden wir ja wieder. Äh, Donny, ich kann dir Unterstützung geben, wenn das noch reicht. Ja, mega. Äh, dann komm ich jetzt mal. Aber, äh, wo ist denn safe, wo ich langlaufen könnte? Lieber, was machen wir beide denn? Also, momentan ist Richtung Stadtinneres eher safe und Richtung Strand eher unsafe, aber ich kann dir nicht genau sagen... Oh, schuss auf mich! Aber nicht aus meiner Richtung. Äh, boah, schuss auf mich! Echt? Ja. Wo? Keine Ahnung, ich hab nur den Einschlag gehört und nicht den Schuss. Der war direkt neben meinem Kopf, Alter. Ja, bei mir aber auch. Ich mach's jetzt so, ich geh jetzt in das grüne Haus hier und vercamp mich mal kurz. Das dürfe wohl erlaubt sein. Ich bin vielleicht gerade in fünf Minuten, ich bin gar nicht so gespannt. Ja, ja, ich geh trotzdem hier rein, weil dann hab ich wenigstens ne Chance. Und kann auch, äh, deine Leichen sehen, ein bisschen. Man hört ja, wenn die Türen aufgehen, oder? Ja. Du hörst doch die Steps. Du hörst doch, du hörst doch schon. Ich liege noch nicht, ich laufe gerade. Äh, unten bei euren Leichen, wo ihr für die Leute geschossen habt. Da laufe ich, da laufe ich. Tom, du liegst da auch gerade, ne? Donny, hast du Stereo oder sieben Punkte? Nee, ich laufe jetzt Richtung, äh, Donny. Das ist ne gute Frage. Ich glaub sieben Punkte, äh, Stereo. Wie beim, bleibst du ein bisschen bei mir, oder? Äh, wenn's, wenn's einigermaßen geht, reden einstellen, weil sonst hör ich nix. Sorry. Okay, danke. Ich muss den Schützen auswendig machen. Ach, ich hab keinen Bock mehr, um uns zu arbeiten, ich will zocken. Sonny, wie könnte ich die denn umgehen, damit ich, damit die mich nicht sehen, sozusagen? Ich kann dir gerade nicht sagen, wo sie sind. Warte mal kurz, bitte. Gib dann, wo bist du? Ne Leichen am, 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 am Hafen. Da, wo ich die erschossen habe. Ich glaube, geh einfach mal am besten an den Strand. Wo hast du sie erschossen? Hier an den, an den blauen Hallen. Hast du nicht verstanden? Geh an den Strand, da hast du Bestposition. Da kannst du nämlich am besten Unterstützung lösen. Ja, aber ich hab ja jetzt keine, äh, Schreiber mehr. Lol. Ich hab gar keine Waffe mehr. Bist du über den Zaun gesprungen? Willkommen auf dem Server. Die ist einfach gerade weg. Nimm was andere. Bist du hier? Ich hab nichts mehr. Seid mal kurz ruhig, seid mal kurz ruhig. Bitte seid mal kurz ruhig. Ah, ne, okay. Also die Leichen von, den allen liegen immer noch da. Es ist momentan keiner zu sehen. Da ist aber noch mindestens ein Hand in der Nähe. Ist ja vorsichtig. Auf alle Fälle. Ich vermute, dass der in diesem beigefarbenen Haus irgendwo oben drin saß. Ich bin die Leichen nicht. Unsere Leichen? Ja, also die Leichen von Mini, oder was? Bei den blauen Hallen. Ne, ne, die haben doch, die sind ja selbst gestorben. Achso. Ah, da drüben in der Ecke? Ja. Ja, okay, zumindest gerade, ja. Als du das, ja. Ey. Aber in dieses Kashtan-Scope muss ich mich jetzt noch gewöhnen, ey. Das ist gewöhnungsbedürftig, ja. Ja, es ist halt auf 400 Meter gezeatet, muss man sich echt, äh... Ah, daher weht der Wind, ey. Ich hab mir schon gedacht, dass halt immer dran denken, wie wir zielen dann. Ähm, Liban? Ja? Könntest du mal an den zwei Leichen, die wir erschossen haben, da auf dem Flachdach, ähm, ähm, mal gucken, ob da die AKM wieder liegt? Ey, ich gucke, ich gehe da sofort gleich hin mit, äh... Ich muss gerade hier mein Inventar mal gerade sagen. Ja, ja. Wo bist denn du, Mini? Ich bin gleich da, zwei Minuten, eine Minute. Bin am Strand schon. Stopp, stopp, ruhig. Ich krieg schon wieder Paras, ey. Wenn ich's nicht besser wüsste, läuft hier bei mir einer rum. Ja, Donny. Ich bin hier der Kiffer und du schiebst hier die Paras, ja, ja. Sind die über dir, oder was würdest du sagen, oder weißt du es gar nicht? Donny? Also, ich kann's gerade gar nicht sagen. Ich lieg ganz flach auf dem Bauch und hab die, alle drei Leichen im Blick, die ich gerade, äh, beziehungsweise Mini und die zwei Leichen, die ich produziert hab. Wo, äh, haben die Waffen, damit ich die vielleicht... Also, die haben mit Sicherheit Waffen, denke ich. Wo sind denn die Leichen? Okay, ist schwierig zu erklären. Es führt eine Straße parallel zum Strand durch Elektros. Äh, noch zwischen... Nein, das ist einfach zu erklären. Das ist der Wohnblock hinter dem Krankenhaus. Da ist so ein Wohnblock. Ach so. Das sind mehrere, mehrere zivile Häuser. So Blockhäuser, grüne Häuser, weißt du sowas? Ja, ja. Das ist so ein einzelner Block. Der ist hinter dieser Nähe, hinter dieser Dreherei und im Krankenhaus. Ja, ja. Da sind wir. Ach, da seid ihr? Ich dachte, auch Sniperhil. Nee, 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 nee. Das ist doch schon der... Okay, ich seh, ich seh einen Spieler, der läuft dahin. Bist du das? Mit Zombie am Arsch? Nee. Nee, bin ich nicht. Vielleicht Torben? Nee, ich bin am Sniperhil. Lieber, du hast keine Schuhe an. Ist down? War zwar nur ein Bambi, aber in diesem Fall bin ich jetzt mal... Jetzt? Ja. ...gegnadenlos. Okay. Wir müssen gerade für Torben gucken, ob die AK hier noch liegt. Ich bin jetzt am Wohnblock, Donny. Ja, ich glaube, hier meinten, den können wir dann stehen. Ja, ja, macht das vielleicht noch da. Ich bin am Beeschen Haus, ich gucke erstmal rein, bevor ich da loote. Okay, ich seh dich. BDA, AKM liegt hier nicht. Seid ihr so in der Nähe der Bar, oder wo? Äh, nee, Beiges Haus, zwischen Schiene, also da kommt eine Schiene, Straße, Schrank. Äh, Piepan? Ja. Und wir zum Richtung grünes Haus rennen und dann noch weiter Richtung Stromleitungen gucken, ob wir die Leute auf dem Sniperhill sehen. Du bist gerade über die Straße gerannt, Mini, oder? Eigentlich will ich zu Donny. Ja, ja, das bin ich. Du hast ja gar keine Winchester mehr. Ich hab die SVD, aber... Aber da waren die Leichen gelegen, das weißt du. Hm. Ich versuch grad an der Waffe zu kommen, wenn ich die Zunge loswerde. Ja, dann lass die Donny. Komm, scheiß drauf. Warte mal, ich überlege, ob ich noch eine SKS mitnehme. Nee, behalte die SVD. Da kriegst du nichts kotzen, Mann? Ja, das AK-74 gerade. Warte kurz. Das ich habe. Zumpies, Mann. Komm her. Ich bin jetzt hinter der Dreherei. Okay, Lauf mal an den Schienen entlang. Ja. Dann sag ich Stopp. AK-Schüsse. Okay, Lauf an den Schienen entlang. Warst du das, oder wie? Äh, Bambi. Bambi an dem Leichen. Bin ich. Stopp. 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 Du läufst jetzt über die Straße, oder? Ja, ja, ja. Dann komm zurück. Die andere Leiche liegt woanders noch. Geh wieder zu den Schienen zurück. Ja. Das grüne Haus zu. Und jetzt musst du mehr rechts. Mehr rechts durch den Durchgang durch. Lass uns in ein Haus rein, weil wir lenken sonst. Da liegt direkt vor dir eine Leiche irgendwo. Ja, ja. Oh fuck, jetzt hab ich aggro. Der SVD. Okay. Ey, fuck, kannst du den mal töten? Ich kann grad nicht ziehen. Den Zombie. Püpern? Weißt du, wo die sind? Ja, ich seh sie gerade. Die kommen gerade laufen. Du wer schießt mit der K? Doch nicht bist du. Hab ihn. Jo. Immer diese Raucher. Ja, AK-74er da. Der ist am grünen Haus? Ja. Okay. Ja. Das ist echt Raucher. Alter, was ein Kerl, ey. Gern an den Leichen. Oh! Schuss! Bitte, bitte, bitte. Okay, kommt aus Richtung Innenstadt. Das war Sniper. Ja, nee, es kommt aus Richtung Innenstadt. Hier, von der Häuserreihe, die parallel zu mir verläuft. Wir müssen ja auch kurz ein- und ausloggen. Kann grad nachts machen. Kommst du wieder? Hä? Kommst du wieder, Püpern? Ja, ja, klar. Läuft jemand von euch um mein Haus? Nein. Wenn ihr können, kommt mal alle in das grüne Haus. Seid mal ruhig, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Seid mal ruhig. Donnie, in welchem Haus bist denn du? In dem ganz grünen, äh, großen, wo du oben dieses Zimmer hast mit dem Tisch und so. Okay. Channelback gespawnt, ich komme. Ich save nämlich grad komplett den Loot von den zwei Leichen. Weißt du, von meiner Leichen? Hey, Donnie. Hm? Wir müssen uns vielleicht mal in dem Haus sammeln, wo Püpern gestorben ist. Ja, aber es ist ziemlich einsichtig, oder? Fuck, hier läuft auch noch ein Bambi neben mir. Richtung Elektro. Ja, aber damit wir wieder alle auf einem Haufen sind. Ja, ich bin ja genau dir gegenüber. Ich seh dich doch, wenn du da oben drin wärst. Hast du den Eingang im Blick? Den Eingang hätte ich im Blick, wenn ich da hinschaue, ja. Okay. Ne, nur, dass du mir sagen kannst. Zwei Bambis. Bei mir direkt. Und wenn du zu mir rüberschaust in das grüne Haus, praktisch eine Reihe weiter. Da war der irgendwo dringend gesessen, mehr Richtung den Silos, wo Piepern vorhin war. Mehr Richtung Innenstadt. Da kamen die Schüsse her. Aber das war ein Schuss, ein präziser Schuss und der ist umgekippt. Ja, kann ja sein. Wenn die da oben in irgendeinem Haus drin sitzen und Schussfeld auf euch haben, reicht doch. Ja, ich hatte mir den Eindruck, das kam von Sniper Hill. Ja, kann natürlich auch sein. Ne, ne, aber das kann ich ausschließen. Sniper Hill, ne, hat keine Sicht auf mich, glaube ich. Ne, das kann ich ausschließen. Ja, aber Sniper Berg, Sniper Berg. Alter, ohne Witz, ich bin in diesen Raum reingegangen, habe mich hingesetzt, habe einmal kurz angezielt zu der Leiche, die an den Bahnschienen lag und war tot. BTF. Okay. Ich nutze die Gelegenheit und lade mal nach. Es sind zwei Bambis, die mich schlagen wollen. Ist aber nicht nett von denen. Ey, Donny, du kannst versuchen, wenn du viel Zeit und Lust hast, hier den Eingang im Blick zu halten, von dem Haus, wo ich drinnen sitze. Ich setze hier halt nur mit meiner AK in der Ecke und ziele auf die Tür. Ja, hab ich schon gesagt. Ja, ich bin fertig. Mhm. Willst du mir entgegenkommen und die beim Mist abschießen? Nein, ich kriege jetzt nicht aus dem Haus raus. Einer ist ein Russe. Ich hab meine AK im wieder. Haben willst du zu mir kommen? Warum? Keine Ahnung. Ich bin hier so alleine, ich hab schon ein kleines Kaffeekränzchen oder so. Oh. Ich hab auch Farbe. Kannst du schnüffeln. Bist du oben drin? Oder wo steckst du? Ich? Nee, äh, hier. Philipp. Nee, ich sitz unten. Da ist doch dieser Schuhschrank oder so Schuhablage in der Ecke. Ja, ja. Da sitz ich und ziele auf die Tür. Klopp. Ich werd das Gefühl nicht los. Äh, kennt ihr das, wenn ihr beobachtet werdet oder so? Mhm. Hier ist bei mir, wenn du, wenn du, äh gut, das siehst du nicht. Philipp. Mhm. Ähm, ich bin ein Inder, habe kein T-Shirt an, also nur noch das Unterhemd und eine blaue Jeans. Mhm. Ähm, die beiden Bambis, die eine ist eine schwarze, alter, und der andere ist ein weißer Osteuropäer. Mhm. Ähm, ich lauf jetzt in Richtung zu dir, beziehungsweise zu meiner Leiche. Wenn ich in das Haus reinkomme, beziehungsweise, nein, ich renne nicht direkt ins Haus rein. Äh, Leute, hier steht wer am grünen Haus. Äh, läuft jetzt, äh, wow. Ey, der, der hat mich nicht gesehen. Welches grüne Haus? Das grüne Haus. Stopp, stopp, stopp. Ich hör den. Der ist bei mir drin. Ja, ja. Wer schießt mit der KM? Hast du ihn? Wo ist er? Im Treppenhaus. Warte, warte, warte. Hast du ihn? Nein, es war ein Zombie. Hab ihn, hab ihn. Sehr schön. Der muss ziemlich gut equipped gewesen sein. Ja, warte. Ich mach mal kurz weg. Ich lege mich mal kurz ab. Ja, nimm dir was du brauchst. Ich logge mich mal kurz hier aus. Äh, ich muss mal kurz weg. Bin gleich wieder da, Jungs. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.